Fantastisch! Ich habe alle Rathaus 9er mit 6er Loons angenommen, also ich habe glaube ich einen oder zwei, die mal früher in meinem Clan waren und dann meinten abbauen zu müssen, die habe ich glaube ich abgelehnt, ansonsten, ja unterhalte die mit 5er Loons, aber das hatte ich ja auch vorher gesagt, ansonsten, wir sehen es ja hier auch, wir haben relativ viele Spiele auch, Level 86, Level 92, 91, 88, das sind ja alles Leute, wo ich mir die Base überhaupt nicht angeguckt habe, ihr seht es, ich habe absolut nicht auf die Base geguckt, das ist jetzt meine Base, so ziemlich, ich habe nicht auf die Base geguckt, ich habe einfach die Leute angenommen, als ich gesehen habe, 6er Loons, zack, rein in den Clan und dann war es auch gut, ansonsten, ja, wie gesagt, es kommt auch noch ein Meisterclan, es kommt auch noch ein Kristallclan vielleicht, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare rein oder gebt mal einen Daumen nach oben, ja ist das das 14 Uhr Video, das verstehen auch viele Leute nicht, dass ich das ja vorher aufnehmen muss, ich muss das ja noch schneiden und muss es ja noch hochladen, also ich kann ja nicht um 14 Uhr aufnehmen oder kurz vor 14 Uhr, das geht ja nicht, also, das ist jetzt auf jeden Fall ein 17 Uhr Video und ich möchte selber gleich noch angreifen, ich habe meine Standardtruppen fertig, ich bin natürlich immer auf der Suche nach den gleichen Bases und ich würde mal sagen, äh, wir suchen, ich habe auch schon ein, äh, ich habe auch immer gefragt, oh, da hat einer, wir haben auch zwei Champs drin, ich weiß zwar nicht genau, was, ich glaube, die wollen jetzt auf 4000 gehen oder so, ich weiß es nicht, äh, okay, was haben wir denn hier? Alter, die greifen in, okay, die greifen noch in Kristall 2, greift der Firecracker noch mit Barjan, aber auch noch ein paar, ein paar, Oh, Brecher dabei, na gut. Ich versuche es, wie gesagt, mit Balloonien hochzugehen, deswegen habe ich auch gesagt, weil das für mich einfach die Taktik ist, mit der man es am ehesten schafft, ganz ehrlich, ähm, deswegen habe ich auch diese 6er Loons als Kriterium da genommen, das ist einfach so, ich, ich, ich finde, das macht schon Sinn, er hat 15er Helden, das ist natürlich schon mal sehr gut, und natürlich der Klassiker, den man da auch immer sieht, die 4 Blitzzauber, um halt sich der Mörser zu entledigen, aber das ist in diesem Fall, glaube ich, noch gar nicht nötig, weil einfach relativ viel, ja, Prozente schon außen rumstehen, wir sehen, der hat jetzt schon, er hat jetzt schon, äh, 33 Prozent, Ausnahme hat auch noch was, oben sind auch noch ein paar Prozente übrig, dann müssen wir mal gucken, wie sich das gleich noch entwickelt, aber nochmal, normalerweise müsste es ja eigentlich reichen, jetzt ist da noch, wie viel hat er jetzt, 36, 37 Prozent, ja, mit den Helden noch ein bisschen aufräumen, 41 Prozent, 42, 43, ja, das läuft auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall reichen, habe auch eben mal gesagt, Leute, wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr noch was, ja, könnt ihr noch einen Angriff teilen oder so, das hat dann 50 Prozent erreicht, spüren wir mal noch ein bisschen vor, hat er seinen Held noch kaputt gehen lassen, na gut, hat er zumindest seine Zauber gespart, 1011 Dunkeln mitgenommen, ja, und ich habe, äh, ich habe die Klan-Beschreibung, habe ich genannt, Road to Top 500, mit dem Klan, keine Besuche, keine neuen Member in the Return, das ist halt, das sind halt so die Voraussetzungen, man könnte ja mal gucken, auf welchem Platz wir uns jetzt gerade befinden, ja, haben schon einige Leute ihre Angriffe geteilt, stabile 600k Gold, Alter, Dr. Black, ein Angriff aus der Champions League, hier werden vielleicht noch einige von sehen, Dr. Black, da war er noch im Klan, gerne mal, das ist der typische, das ist eigentlich so eine typische, ja, nicht ganz die typische Base, die ich immer angreife, das ist nicht ganz die typische Base, die ich immer angreife, man muss nämlich sagen, er hat jetzt ja hier die, normalerweise, rein theoretisch, die, 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 die Bogentüme stehen schon außen, das ist okay, allerdings greife ich dann keine Bases an, die die X-Bögen auf Luft haben, aber okay, wir wollen mal sehen, wie sich das entwickelt hat hier, so, ich bin echt mal gespannt, ich bin echt mal gespannt, ob er jetzt hier 50% holt, so, der X-Bogen ist jetzt down, er hat schon relativ viele gesetzt, oder? Echt schon relativ viele gesetzt, muss man sagen, so, jetzt sind da noch drei Stück, das müsste eigentlich normalerweise, na, reicht glaube ich nicht, ne, reicht, reicht, reicht noch so gerade, so, jetzt da oben noch welche, okay, X-Bögen auf Luft und trotzdem angreifen, das ist echt mal eine Taktik, die ich so noch nicht gesehen habe, das ist mal eine Taktik, die ich so noch nicht gesehen habe, aber okay, ah, okay, Freeze, das ist natürlich von Vorteil, wenn man, ah, okay, das ist natürlich echt geil, wenn du einen Freeze-Zauber hast, dann kannst du das auch dir schon mal erlauben, so, jetzt bin ich mal gespannt, ja gut, das Standardprozedere außen, jetzt schon mal ein paar Gebäude wegholen, das ist natürlich immer ganz gut, so, da haben wir auch noch ein bisschen was, ah, da kommt noch eine Luftbombe, das ist aber auch egal, jetzt gucken wir mal, 17%, ich spule mal ein bisschen vor, so, 17%, 24%, ja, läuft auf jeden Fall schon, da oben ist noch das Lager, ah, und jetzt kommen unten die ganzen, jetzt kommen unten die ganzen Loons, gehen jetzt, wie er das jetzt wahrscheinlich sich, er hat das wahrscheinlich geplant jetzt, ja, dass die auf beide Türme drauf gehen, wollen wir mal sehen, was sich da jetzt so tut, ah, allerdings auf Luft anzugreifen, und es trotzdem zu schaffen, das ist natürlich schon heftig, das ist natürlich schon heftig, ich weiß nicht, ob ich meine Angriffsstrategie vielleicht noch mal überdenken muss, er ist jetzt allerdings auch 6er-Lack kein, 49%, 50%, 298.000 Gold, bin ich mal gespannt, was sich da jetzt noch so tut, ob er da noch was von sich wegrut oder nicht, so, die Helden kommen noch, Held 1, Held 2, ah, die Helden sind schon nicht schlecht, 410.000 Gold, 162.000, Alex hier, 2300, Dunkles, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ich werde auch jetzt mein Schild gleich brechen, werde ich mich jetzt gleich angreifen, und, ja, würde ich sagen, ich suche jetzt mal eben, gehe ich noch raus, und wenn ihr einen gefunden habt, dann sehen wir uns wieder, also bis gleich, Leute, so, ich habe jetzt hier einen gefunden, er hat zwar nur 18 Pokale, aber ich denke mal, den müssten wir ganz gut schaffen eigentlich, drei Stück auf beiden Seiten, sollte auf jeden Fall für die beiden schon mal reichen, so, die beiden sind down, jetzt hoffentlich noch den Magier-Turm, oh, da kommt viel raus, ja, der ist auch schon mal down, das ist auch schon mal nicht schlecht, so, jetzt müssen wir mal hier gucken, da ist auch noch eine Luftabwehr hinter, so, 9, 2, oder vielleicht noch einen vierten hinterher, oder einen fünften noch, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich zu viele gesetzt, hier ist ja auch noch eine Luftabwehr hinter, 1, 2, 3, komm, mach die Luftabwehr noch kaputt, hat auch nicht mehr ganz gereicht, aber okay, wir müssen mal gucken, was ich jetzt hier noch so holen kann, da ist noch ein Magier-Turm, äh, ein Bogenturm, hier ist auch noch ein Bogenturm, äh, muss ich mal gucken, ob das noch reicht, aber ich denke mal schon, auch wenn da jetzt noch ein Magier-Turm hinter ist, ja, der reicht, und jetzt habe ich ja noch meine Loons hier aus der Clanburg, ich hoffe mal, die retten mich noch ein bisschen, ich hoffe mal, die retten mich noch, dann habe ich nämlich alle weg, ja, komm, 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 ich habe sogar noch zwei Loons übrig, das ist auch nicht so schlecht, so, und jetzt können wir mal anfangen, schon mal zu gucken, ob wir hier mal außen schon mal was wegholen können, mit unserem Lockcoin, setze ich jetzt einfach mal außen schon mal was hin, und müsste ja eigentlich einiges an äußeren Gebäuden noch wegfarben können, ja, die Zauber sind weg, aber das ist jetzt auch nicht so ganz so schlimm, jetzt gucken wir einfach mal, ah, da ist noch ein Tesla, den schnappe ich mir natürlich noch eben, den holen wir uns doch eben da weg, den Tesla, da war auch noch ein Tesla, das ist auch egal, 35%, das ist auch okay, was haben wir denn jetzt noch, haben wir da überall noch Gebäude, ah, das müsste, eigentlich müsste das locker reichen, vor allem, wenn wir jetzt noch die Lager da oben holen, 43%, 44%, 47%, ja, das reicht, das reicht, und jetzt kommt nämlich noch Trick, Trick, Trick B kommt jetzt noch, äh, muss man nämlich noch überlegen, wo es noch Sinn macht anzugreifen, ich würde sagen, wir greifen nochmal hier oben an, einfach aus dem Grund, weil der da oben noch ein bisschen Dunkles hat, und noch ein bisschen Elixier, das will ich mir gerne noch holen, so 50%, äh, 52%, lohnt es sich jetzt hier noch, ich würde sagen, ja, wir holen uns nämlich noch ein bisschen Elixier da raus, wir holen uns noch ein bisschen Elixier da raus, aber ansonsten müsste es auch gewesen sein, es waren im Grunde lockerer, es waren im Grunde lockerer Stechen, den wollte ich einfach mitnehmen, ich hab, man bin momentan nicht so in der Situation, da noch großartig suchen zu können, ist da noch was in dem Bohrer drin, ich weiß es nicht, hier in dem Bohrer ist noch was drin, soll ich mir das noch mitnehmen, ich muss sowieso warten mit der Queen, von daher, ich hole mir noch das Elixier, oder soll ich mir das Dunkle noch holen, oder das Elixier, das Dunkle, das Dunkle, wir holen uns noch das Dunkle da raus, ich weiß nicht, ob das noch was gebracht hat, aber immerhin, ich meine mit dem Bonus, das ist okay, also es waren zwar nicht so viele Pokale, aber ich bin momentan echt nicht so in der Situation, wo ich da wählerisch sein kann, so, wir holen drei Stück mit, haben wir eigentlich im Grunde noch ganz gut angegriffen, finde ich, es waren ja ganz, im Grunde ganz easy, war im Grunde ganz easy Stern, deswegen würde ich sagen, fordern wir eben noch, und gucken mal, ob vielleicht sonst noch wer was fordern will, oder noch was braucht von uns, mal im Gucken, Magier oder Drache, das ist natürlich nicht so, nicht so das, was wir unbedingt, was denn für G1, bitte, ach egal, ach, ist egal, so, ich würde ich sagen, wir sind wirklich schon fast am Ende, ich würde euch aber gerne noch einen Angriff zeigen, ich würde euch gerne noch einen Angriff zeigen, von Timo, mit ein bisschen Loot dabei, ein bisschen Loot, so, mal eben ganz kurz gucken, er ist in, Kristall 1, und die X-Bögen sind auf Boden gestellt, er hat die 40, Alter, 40 Ballons, 10 Minions, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, so, er will die Clan-Truppen rauslocken, okay, es sind im Grunde kaum Clan-Truppen da, von daher lohnt sich das jetzt nicht, die kann auch mal eben, aber er hat auch nur, ich verstehe das nicht, er hat ja kaum, er kann ja die Minions, wenn er die Minions jetzt benutzt, hat er ja im Grunde dann fast noch kaum was übrig, an Truppen für die, für die Gebäude, für die, für die, für die restlichen Sachen noch, aber gut, er hat 40, er hat 40 Ballons, äh, noch 38 Ballons übrig, das wird wohl, das wird wohl reichen, also, alle hingesetzt, so, Wutzauber 1, jetzt wird er oben rechts, wird er noch einen Wutzauber gleich hinsetzen, damit die jetzt schön auf die Luftabwehr fliegen, ja, wunderbar, ja, die machen halt schon viel aus, die Ballons, vor allem wenn du gegen Rathaus 9 bist, solche, solche Gegner in, in meiner Liga, die greife ich immer an, egal wie viel Pokal es dafür gibt, weil die, du die einfach kriegst, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, die Frage, die hatte ich ja zwar gestellt, hatte ich eben keine Antwort drauf bekommen, habe ich mir aber im Grunde selber beantwortet, weil du die Gegner einfach, wenn du so einen Gegner findest, du musst ihn einfach mitnehmen, das ist einfach so, ah, jetzt sind die Lunes aber da oben noch ein bisschen, ein bisschen kaputt, so, gucken wir mal, ah, die, die Skelettfalle, so, jetzt sind wir das Rathaus noch, oh, schnappt sich noch den König, jetzt ist noch die Kanone übrig, und noch ein, ja, das werden das sogar 100%, wer denn ist sogar 100%, ich bin gespannt, ah, die Königin sind kaputt, okay, dann könnten es vielleicht doch nicht, ah, na, werden es 100% oder nicht, ja, das werden 100%, das werden 100%, nein, doch nicht, nur 90%, hat nicht ganz gereicht, 8 Pokale, ja gut, ja gut, ich habe jetzt auch momentan keine Kaserne großartig gepusht, muss man jetzt gucken, wie viel ich jetzt hier überhaupt in Ausbildung habe, ich denke aber mal, es müsste eigentlich passen, damit ich dann wieder meine normale Truppenstärke bekomme, nehmen wir mal eben jetzt hier die 100 Juwelen noch mit, kann ja auch nicht schaden, Errungenschaft erzielt, du hast 100 Juwelen, damit sind wir auch am Ende, waren da ein paar Angriffe drin, der Clan ist mittlerweile, ich wollte noch gucken, welchen Platz der Clan ist, beste Clans, das muss ich natürlich ein bisschen runterscrollen, weil wir da nicht unbedingt vorne auftauchen werden, was natürlich auch logisch ist, ne, 806 da schon, na gut, 806 da schon, 26.789 Pokal, es geht bergauf, gucken, wie sich das dann so gestalten wird, und da würde ich sagen, macht's gut, danke, danke, danke fürs Zuschauen, abonnieren, nicht vergessen, Daumen nach oben, und bis zum nächsten Mal, ciao.